Daraus, dass sie viel dafür macht, um gesund und fit zu bleiben, macht Verona Poth kein Geheimnis. Umso stolzer kann die mittlerweile 49-jährige Werbeikone auf ihren Körper sein. Und das zeigt sie auch. Auf ihrem Instagram-Profil kommen gerade ihre männlichen Fans voll auf ihre Kosten. Mit ihrer Familie macht sie gerade Urlaub in Dubai und genießt dort das sonnige Wetter. Dabei zeigt sie sich neben Sonoman Rocco in einem durchsichtigen Kleid. Darunter befindet sich nichts anderes als eine Bikini-Figur, auf die man wirklich stolz sein kann. Und mal ehrlich, in so einem Alter nach zwei Kindern noch so auszusehen, braucht man wirklich nichts verstecken. Das freut auch ihre Fans. Hier sind sich alle einig, Verona sieht einfach immer noch super aus. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.